Uttita Hastapadha Trikonasana ist das stehende Dreieck mit Hand am Fuß. Daniel zeigt, wie es geht. Von der aufgerichteten Stehhaltung ausgehend, gibt den rechten Fuß etwa 1,20 bis 1,50 Meter nach rechts, gibt den rechten Fuß nach rechts und den linken Fuß auch 15 bis 45 Grad nach rechts. Dann gibt die rechte Hand auf den rechten Fuß und gibt den linken Arm nach oben zum Himmel und schaue da zur Verlängerung der Hand zum Himmel hin. Uttita heißt stehend oder aufgerichtet, Hastapada heißt Hand an den Fuß und Trikonasana ist das Dreieck. Uttita Hastapadha Trikonasana ist auch eine Vorwärtsbeuge. Die Flexibilität des rechten Beines wird gefördert. Gleichzeitig ist es eine seitliche Übung, also eine Übung, die zur Seite geht. Und damit hilft es auch, die seitliche Flexibilität zu entwickeln. Daniel macht noch gerade die Drehvariation daraus. Dort hast du auch noch die Drehflexibilität entwickelt. Es gibt viele Trikonasana-Variationen. Alle findest du in der Yoga-Vidya-App sowie im Asana-Lexikon auf www.yoga-vidya.de Stichwort Dreieck bzw. Trikonasana.